Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zum IT Security Monitoring mit Engine Site. Heute eher mit der administrativen Seite, denn ich möchte euch ein Paradebeispiel zeigen, wie man Role-Based Access Control implementieren kann und was man damit alles machen kann. Das ist eine Form der Zugriffskontrolle, das heißt wir wollen uns heute angucken, wie man mit Rollen und Gruppen sehr, sehr gut sich eigentlich zusammenstellen kann, was man alles braucht. Und ja, hier wirklich ein Paradebeispiel, das heißt hier ist alles wirklich mit einer sehr guten Zugriffskontrolle. Implementiert und deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ihr das zum Beispiel auch bei euch machen könnt und wie ihr es bei Engine Site natürlich einstellen könnt. Das heißt, wir haben hier verschiedene Rollen. Warum brauchen wir verschiedene Rollen oder gar Gruppen von Menschen? Nun normalerweise werdet ihr nicht alleine an einer Infrastruktur arbeiten. Das ist in den allerseltensten Fällen der Fall und selbst bei mir, ich habe auch schon Unterstützung aus der Community. Das bedeutet, es gibt natürlich verschiedene Rollen, die verschiedene Dinge machen müssen und zum Beispiel eben auch bei Engine Site verschiedene Alarme bekommen. Das bedeutet, wir können jetzt hier einstellen, ey jo, wenn jetzt hier das SSL-Zertifikat oder der Netzwerk-Traffic von zum Beispiel unserem Community-Projekt Kryptik irgendwie Probleme hat, dann benachrichtige ich die Admins von Kryptik. Während auf der anderen Seite, wenn meine Webseite ein Problem hat, dann benachrichtige ich eben die Leute, die damit zu tun haben. Und so kann man das quasi genauso aufspalten, wie das sein sollte. Und da das halt mehrere Leute sind, aber eigentlich immer dieselben Berechtigungen, möchte ich, dass das möglichst einfach geht. Ich möchte quasi, wenn jemand zum Beispiel zum Kryptik-Team hinzukommt, möchte ich einfach sagen, okay, der joint jetzt diese Gruppe. Ich möchte nicht in jedem Alarm, den ich möglicherweise erstellt habe, diese Personen hinzufügen. Denn das wäre viel zu aufwendig. Ich mache einfach nur die Gruppe eins größer, beziehungsweise wenn jemand geht, dann könnte ich vergessen, ihn aus einem Alarm oder aus irgendwas rauszutragen. Deswegen brauche ich für sowas eigentlich eine Gruppe. Okay, das heißt, was wir hier machen, ist eigentlich, wir erstellen Rollen basierend sogar auf Attributen, was sogar nochmal ein Stückchen feingranularer ist als Role-Based-Access-Control, wenn man es genau nehmen möchte. Und zwar sagen wir hier, wir erstellen erstmal eine neue Rolle. Dann sagen wir jetzt hier einfach mal Morpheus-Server. So, und ich habe keinen Server hier hinzugefügt. Ihr wisst, ich habe meine Ubuntu-Maschine hinzugefügt. Aber das tut es im Endeffekt als kleines Beispiel. Das heißt, wir sagen hier einmal, darf alles mit der Ubuntu-Maschine von Morpheus machen. So, das ist natürlich jetzt auch nicht ganz korrekt, wenn man es so nimmt. Aber man darf nicht alles damit machen, sondern man darf halt natürlich alle Alarme empfangen und so weiter und so fort. Okay, wir gehen hier mal auf Bearbeiten. Ihr sehen hier, standardmäßig habe ich die zwei Berechtigungen. Account Edit, also man darf seinen eigenen Account bearbeiten, das ist ganz sinnvoll. Und man darf seine Organisation angucken. Organisation ist das da oben, dazu kommen wir gleich noch. Ich würde hier allerdings nochmal ganz kurz durchgucken, welche Berechtigung man sonst noch so braucht. Alle Berechtigungen ist definitiv zu viel, das brauchen wir nicht. View, alles, also Sternchen-View wäre Berechtigung, alle Informationen der Plattform einsehen zu können. Auch zu viel. Account Remove, ne, auch nicht, weil sonst könnte jeder quasi, der zum Beispiel beim Community-Projekt dabei ist, alles machen. Also quasi den Account für alle entfernen, wollen wir also nicht. Alarme anzeigen oder anlegen brauchen wir eigentlich auch nicht. Man sollte nur die Alarme irgendwie empfangen können. Das heißt, man möchte hier die Alerts viewen können, also man möchte die Alarme empfangen können. Man möchte vielleicht Pentests machen können, man möchte Pentests anzeigen lassen. Oder wir sagen sogar direkt Pentests Stern, Audits Stern und so weiter und so fort. Also hier kann man sich wirklich sehr, sehr fein granular zusammen basteln, was man braucht. Und klar, ein Administrator müsste das Ding erstmal anlegen. Ja, deswegen gibt es Administratoren, die würden sowas erstellen. Aber dann wirklich zu bearbeiten, zum Beispiel Issues hier anzusehen oder alles mit den Issues zu machen, also wirklich die Probleme zu beseitigen. Das müsste wiederum kein Administrator machen, sondern jemand am besten, der direkt mit der Plattform zusammenarbeitet. Die müssen ja wissen, wenn ihre Plattform irgendwie gerade broken ist. Und das macht bei mir erstmal nichts. Ich würde auch nur die benachrichtigen sozusagen. Also macht das durchaus sehr viel Sinn, hier zu sagen, ich mache nur ein paar Berechtigungen rein. Ich mache jetzt hier nicht alle rein, aber eben ein paar Berechtigungen sind drin. Und ja, dann passt das eigentlich soweit. Das heißt, wir klicken hier mal auf Änderung speichern und wir sehen hier natürlich, die Berechtigungen werden übernommen. Und wir sehen hier, hier zum Beispiel bei Endpoint User kann man alles ansehen und kann eben auch die Endpoints, kann alles mit den Endpoints machen. Test-User intern hat ein paar mehr Berechtigungen. Der Showcase-Nutzer darf alles sehen. Ich bin Administrator und darf alles machen. Das ist ziemlich angenehm. Aber ja, im Endeffekt kann ich hier wirklich alles anlegen. So, jetzt habe ich aber erst eine Rolle angelegt. Dieser Rolle sind noch keine Nutzer zuteilgekommen. Und dazu müssen wir uns den anderen Kram hier angucken. Also ich meine Benutzerkonto, Passwort, Multifaktor. Multifaktor sollte eh jeder haben. Das sollte man aber bei jeder Plattform machen. Ich sage es hier nochmal ganz kurz. Bitte holt euch Multifaktor-Authentifizierung, egal für was, für alles am besten. Zumindest da, wo es geht. Okay, dann haben wir aber noch Organisation, Teammitglieder, Verantwortlichkeiten, Access-Keys und Gruppen. Access-Keys hat eher was damit zu tun, welche automatisierten Skripte ihr machen könnt. Das machen wir dann das nächste Mal. Aber dieses Mal schauen wir uns noch die anderen Dinge an. Unter Organisation, da werde ich jetzt nicht draufklicken, weil ich sowieso alles zensieren müsste. Und unter Teammitglieder genauso. Unter Organisation findet ihr im Endeffekt die Verantwortung bzw. die Information über eure Organisation selber. Also zum Beispiel Adresse und E-Mail und so weiter und so fort. Bei Teammitglieder findet ihr alles, mit dem sich die Teammitglieder quasi registriert haben und könnt das da verwalten. Und dann kommen wir zu den Verantwortlichkeiten und den Gruppen. Bei den Verantwortlichkeiten können wir hier eintragen, wer quasi für was verantwortlich ist. Das ist aber eher so für uns eigentlich intern. Interessant wird es bei den Gruppen. Und hier finden wir die Möglichkeit, neue Gruppen zu erstellen. Das mache ich mal ganz kurz. Und zwar, neue Gruppe erstellen. Und wir sagen jetzt hier einfach mal Morpheus-Server. Ihr kennt mittlerweile das Prinzip. Ich kann hier quasi auch die Leute vom Community-Projekt eintragen und so weiter und so fort. Also Morpheus-Server bzw. Morpheus-VM oder so was. Und dann sehen wir hier Beschreibung. Machen wir mal Morpheus rein. Morpheus-Server einfach. Und hier können wir jetzt die Mitglieder auswählen. Ich mache das mal ganz kurz. Dann muss ich wenigstens nur eine kurze E-Mail-Adresse zensieren hier. Und wir klicken auf Speichern. So, nehmen wir jetzt also mal an. Wir haben hier alle Mitglieder hinzugefügt, die auf den Morpheus-Server irgendwie was zu tun haben. Wir können also quasi auf den Haupt-Server was zu tun haben. Wir können das natürlich unterteilen in verschiedene Websites, verschiedene Webservices, verschiedene Dinge. Wie gesagt, die Administratoren haben eher Zugriff auf die Website, auf zum Beispiel den wirklichen Kern des Betriebssystems. Also müssen die auch die CVEs können und so weiter und so fort. Während vielleicht manche Leute eher so im Frontend was zu tun haben. Die haben dann vielleicht eher was mit den Penetration-Tests zu tun und so weiter und so fort. Also gehen wir hier mal ganz kurz in die Alarme. Und ich habe jetzt mal hier den Netzwerk-Alarm reingetan bzw. aufgemacht, den wir ja schon mal angelegt hatten. Den solltet ihr ja noch kennen. Ansonsten die Videos gibt es wie gesagt in der Playlist. Hier können wir jetzt tatsächlich hergehen und zum Beispiel sagen, okay, wir wollen eine komplette Gruppe hinzufügen und zwar den Morpheus-Server. Und Benutzer wollen wir gar nicht hinzufügen. Und die werden dann benachrichtigt zum Beispiel per SMS, per Slack, per Mattermost, per Microsoft Teams oder eben über Webhook und so weiter und so fort. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Und dadurch haben wir wirklich die Möglichkeit, das aufs ganze Team aufzuteilen und aufzutragen, wem auch immer das am besten passt. Das heißt, das reduziert auch die Kommunikation im Team, die man dafür braucht, um hier das direkt an den richtigen Menschen zu bringen. Denn das Problem ist immer, manchmal ist jemand im Urlaub. Also gerade bei größeren Organisationen, ja. Manchmal ist jemand im Urlaub. Manchmal ist jemand einfach gerade nicht da. Hat was anderes zu tun. Guckt nicht in seine Mails rein und so weiter und so fort. Und am Ende braucht eine Benachrichtigung für so einen wichtigen Alarm. Zum Beispiel, ey, wir haben gerade einen Denial-of-Service-Angriff. Brauchst du einen wichtigen Alarm, einfach nur, weil die Menschen lange brauchen, irgendwie mehrere Tage, bis er dann bearbeitet wird. Und das ist für Hacker eine Welt, ja. Mehrere Tage ist gigantisch viel. Während wenn wir es direkt den Verantwortlichen geben, deswegen mache ich auch ein separates Video dazu, dann können die direkt das Ganze fixen. Und das ist wirklich wichtig. Außerdem ist es sehr geil implementiert und zeigt, wie eigentlich Role-Based oder Group-Based Access Control super funktionieren kann. Okay, dementsprechend danke ich euch. Und ja, natürlich übrigens, eine Sache noch. Man kann natürlich auch mehrere Gruppen erstellen, ist klar. Ich kann aber auch denselben Nutzer natürlich mehrfach in Gruppen hinzufügen, ist auch klar. Weil zum Beispiel, ich müsste ja jetzt wahrscheinlich über mehr als nur eine Sache Bescheid wissen. Aber ja, das ist eben genau das, wie man es braucht. Gut, dann nochmal danke, dass ihr so lange dabei seid. Und auch danke an Engineside für die Plattform nochmal. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.